Hi, ich bin die Anni, ich bin Model und Darstellerin. Ich mache den Beruf schon seit vielen Jahren und liebe ihn. Ich arbeite im Bereich Foto und Werbung. Ich bin sehr aktiv und mache viel Sport. Ich spiele gern Tennis, gehe klettern und Fitness und Joggen und halte mich fit. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns mal kennenlernen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns mal kennenlernen.